Nenot. Ja, das ist das Ziel. Schauen wir mal, dass ich Garen ein bisschen auf dem Kopf haue und dann... Ich muss das hoffentlich. Garen spielt mit TP. Toll. Naja, und dann habe ich den Vorteil, dass ich da zerknallt habe. Und er dort. Müssen auch nicht auf der Bordnein aufpassen. Falls er runter tippt. Weil ich kann ja nicht so schnell hinterherkommen. Ja. Mein Support ist AFK. Ja. Fängt doch gut an. Oh Mann ey, warum? Nicht ping. Das ist jetzt nicht gut. Ja, manchmal werden die dann wach. Langsam wird's. Na ja. Können wir remaken. Wird noch mal 5 Minuten warten. Bis wir mal was gefunden haben. Der Games, Elf Games. Ach. Ich wollte sagen. Drei Spiele. Ähm. Alle aufgabe. Er hat aber grad gekauft. Aha. Bisschen spät. Aber besser spät als nie. Bisschen spät. Ähm. Jö. Where come from? Es war nicht schon. so klaus in die ganze zeit es läuft richtig gut im die Das war's für heute. Hast du einen Nocturne gesehen irgendwo? Notfällig. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. mancher fliegt die bullet so komisch das war nicht gut ich hätte den stuhl dann würden naja nicht den gleichen das ist nicht schön er kämpfe komplett ignorieren einfach farm die wollen uns beten er ist hier ja ich meine es ist prior auf der botlane kann ich den dragon machen Okay. Dann miss. Mhm. Noch keinen hinter mir. Oh, shit. Oh, shit. Da ist noch ganz komische Geräusche. Also Botlane geht tatsächlich. Oh, shit. 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 Pfff. Der Nocturne. Ah, der Nocturus. Das ist nicht gut. 5,2. Gut, der Ringer hat auch 5,1. Das ist auch so. Das war's für heute. Immerhin Kaiser mitgenommen. Das war's für heute. 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 Oh, bullshit. Das war's für heute. Und du müsstest auch noch ein paar Kills kriegen. Oder die Haare. Das war's für heute. 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 Ich kann's langsam auf meine Items. Ist auch gut. Geh, Geh, Geh. wenn es dunkel wird bin ich tot er ist keine chance von 100 auf 0 zu ziemlich alle fronten ich mache auch immer noch ein kind und die sind halt eben zu fünft nicht wir haben wir haben das ist der der die fast aber das kaiser bekommen aber ich bin unterwegs ich bin unterwegs junge es ist doch keiner von denen doch heilers gestorben ich hatte eben auch noch keine und ich glaube auch nichts da wartet dann zu früh doch zu schnell im weitern aber wenn wir das jetzt mittlerweile das ganze team fährt bei den garen könnte kriegen du machst ja an sich auch schon ziemlich ja ja ich muss wenn die einmal dumm in meiner ulti stehen war es das mit denen aber natürlich doch der braun ist tot weil er kein augen hat Die hat halt den besseren Jungle ab. Der hat die anderen Lanes auch besser gemacht. Ich muss an die Türme, wenn er mich an charge bin ich tot. Aber hättet ihr jetzt noch geholfen? Warst du tot? Nee, ich war klinisch tot. Aber hätte der Braum mir geholfen, hätten wir da noch mehr machen können als das, was er jetzt gerade gemacht hat. Schade, da hätten wir jetzt noch ziemlich gutes Game drehen können. Schade. Das kriegen wir noch. Fertig. Fertig. Oh. Ich bin jetzt bei meinem fünften Körn. Ja. Kann eine Schild hat so reich sein wie du. Oh. Das ist gut. Das ist gut. team er hat sich das so hart zurückgezogen ich meine sonnig aber jetzt haben alle die ja die mittleren hat viel zu viel eingefedet der support war ja auch nicht das gelbe vom ei und der jungler also von den anderen